Hallo und herzlich willkommen bei Kukitamus. Mein Name ist Yannick und ich sitze hier wieder mit dem André. Hallo André. Hallo Yannick, guten Abend. Herzlich willkommen bei Kukitamus. Ihr hört Kukitamus, den Podcast für Philosophie und Gesellschaft. Am Anfang wie gewohnt die Erinnerung. Ihr dürft uns gerne unterstützen über Paypal und uns da eine kleine Spende zukommen lassen. Wo befinden wir uns denn? Wir führen unsere Reihe Existenz und Sprache weiter. Das letzte Mal im September, da warst du auch mit dabei, Yannick. Weißt du noch? Ja, ist schon ein bisschen her, aber... Da haben wir uns mit der Sprache und insbesondere mit der geschlechtsneutralen Sprache beschäftigt. In der letzten Folge der Reihe, die kam vor zwei Wochen raus, da habe ich mich alleine mit der Meta-Ontologie, also mit der Philosophie der Existenz der Ontologie beschäftigt. Hört auch da mal rein. Die Folge kam ziemlich gut an, was ich so mitbekommen habe. Heute haben wir auch wieder einiges im Gepäck. Heute soll es nicht um Philosophie der Existenz gehen, sondern um Existenzphilosophie. Wo liegt denn da der Unterschied, Yannick? Genau, die letzte Folge, André, habe ich natürlich auch gehört und die kann ich auch empfehlen als Startschuss, um da so ein bisschen reinzukommen in das Thema. Da ging es ja zwischen Sein und Dasein eigentlich so ein bisschen. Was gibt es und was existiert? Und bei der Existenzphilosophie geht es dann sozusagen eigentlich um das Dasein und auch so ein bisschen um die Frage, was das Dasein ist und ob es noch was anderes gibt als das Dasein und wer wir dann sozusagen sein könnten. So kann man das vielleicht beschreiben. Insbesondere geht es bei Existenzphilosophie wirklich konkret um den Menschen, während es bei Ontologie, also bei Philosophie der Existenz einfach um Dinge an sich geht, um das Sein in der Welt an sich. Aber die Existenzphilosophie hat schon den klaren Fokus auf den Menschen. Da werden wir nachher auch nochmal ein paar Merkmale bringen, aber das wahrscheinlich erst in Teil 2. In der ersten Folge jetzt, da haben wir wieder ein großes Volumen an philosophischer Theorie mitgebracht. Und im zweiten Teil, da wollen wir dann uns um konkrete Beispiele der Existenzphilosophie kümmern, so ein bisschen Grenzsituationen nach Karl Jaspers und auch Nahtoderfahrungen besprechen und wie das alles miteinander zusammenhängt. Genau, also in Summe wollen wir euch eigentlich so ein bisschen die Entwicklung hin zur Existenzphilosophie zeigen und auch über verschiedene Perspektiven der Philosophie sozusagen, also verschiedene Richtungen dort auf diese Fragestellungen blicken. Und die Existenzphilosophie ist halt einfach auch eine späte Entwicklung, hat natürlich auch ein bisschen geschichtlich damit zu tun, dass es dann die Psychologie gab und da Impulse gab und so entwickelt sich das raus. Und so ein bisschen wollen wir den Weg über diese Perspektiven, also philosophische Perspektiven, die man einnehmen kann auf diese Fragestellung, da werden wir den Weg so ein bisschen nachzeichnen. Und dann kommt das sozusagen in die zweite Folge, dann geht das dann über. Wenn du jetzt gerade auch so ein bisschen philosophiegeschichtlich den Weg und den Startschuss beschreibst, eigentlich die Ontologie, so wie auch schon beim letzten Mal erzählt, da dreht es sich ganz oft wirklich um die Substanz an sich. Und wer eben auch meine Spezialfolgen hört zu den einzelnen Philosophen und Philosophinnen der Neuzeit, genau da bespreche ich ja eben solche Fragen. Was ist der Monismus von Spinoza? Was ist der Dualismus von Descartes? Was ist der Monismus in Bezug auf die Monaden bei Leibniz? Da geht es eben ganz hart um die Substanz, um die Ontologie und die Existenzphilosophie hat sich eben wirklich erst später entwickelt, wo es dann auch so ein bisschen mehr um diese psychische Betrachtung des Menschseins sich dreht. Aber deshalb fand ich das nämlich auch ganz spannend, denn die Grundideen der modernen Existenzphilosophie, die wurden eigentlich sogar schon lange vor Kierkegaard entworfen. Also Sören Kierkegaard, der Däne gilt so ein bisschen eigentlich als der Begründer der Existenzphilosophie, der lebte im 19. Jahrhundert, aber schon lange vor Kierkegaard eigentlich, hat auch schon der französische Philosoph und Mathematiker Blaise Pascal 1623 bis 1662 nur 40 Jahre gelebt, in einer Essay-Sammlung namens Gedanken auch schon einiges vorweggenommen, was später zur Existenzphilosophie werden sollte. Ist das der gleiche Blaise Pascal, den wir auch im Ingenieursstudium hatten? Da gab es doch auch einen Pascal. Ja, da muss man immer aufpassen, das könnte ich dir jetzt ad hoc nicht sagen, aber könnte gut sein, weil damals Leibniz war ja auch Universalgelehrter und Mathematik ist ja auch Logik, ist ja dann mit Philosophie, denke ich, in der Zeit verwandt. Aber die Bernoulli-Familie zum Beispiel, da gibt es einfach mega viele und deswegen denkt man, wow, dieser Bernoulli, was ist denn das für ein Typ? Aber es waren nicht nur ein Typ, es waren vielleicht auch ein paar Frauen dabei, ich weiß es nicht. Das war ein ganzer Clan irgendwie und bei Pascal ist jetzt ja auch kein Name, aber ja, könnte trotzdem sein. Also ausschließend würde ich es nicht sagen. Kann schon sein, ja. Aber ja, eventuell war es da auch irgendwie so eine Familie mit mehreren Personen gleichen Namens und die haben da alle verschiedene Sachen entwickelt. Spannend ist auf jeden Fall, dass er eben in dieser Essay-Sammlung schon einige Fragestellungen vorweg nimmt. Also er schreibt da zum Beispiel von der Verlorenheit des Menschen im Leben und er stellt die Frage, ob man überhaupt glücklich und unbeschwert leben kann, ohne ständig in Angst vor Tod, Not und Elend zu sein. Also genau diese Gedanken greifen später auch alle anderen wichtigen Existenzphilosophen auf und bearbeiten sie dann eben individuell weiter in ihrer jeweiligen Art und Weise, wie auch immer, auch Jean-Paul Sartre. Da kommt man dann zum französischen Existenzialismus, den muss man eigentlich auch nochmal so ein bisschen abgrenzen zur Existenzphilosophie, wie dann auch Kierkegaard und Jaspers, die ja alle so in einer Tradition stehen, ihn verstanden haben. Deswegen, heute soll es nicht um den französischen Existenzialismus gehen, sondern wirklich um die Existenzphilosophie dann auch später nach Jaspers. Blaise Pascal schreibt dann zum Beispiel, das fand ich ganz gut, was soll ich tun? Ich sehe überall nur Dunkelheit, soll ich glauben, dass ich nichts bin? Und genau dieses Nichts, das hatte ich auch schon in dem Interview mit Manfred Rühl über auch ja praktische Existenzphilosophie, dieses Nichts, diese Urangst vor dem Nichts, die wird dann auch bei Heidegger besprochen und heute wird dieses Nichts auch nochmal Thema. Diese Tatsache, dass der Mensch im Angesicht des Nichts lebt. Und das werden wir später auch nochmal eben mit Karl Jaspers besprechen und auch so die Möglichkeiten vielleicht besprechen, wie man aus diesem Nichts entkommen könnte. Genau, also irgendwie ist das für mich auch logisch, dass diese Frage an sich in der Zeit aufkam und die Frage der Menschheit geht ja noch viel tiefer. Es ist ja nämlich eigentlich die Frage mit diesem Nichts, also gibt es etwas oder nichts oder warum gibt es überhaupt etwas? Also dass Menschen diese Frage stellen kann, warum gibt es überhaupt etwas oder ist es vielleicht auch nichts? Das ist quasi ja die kritische Frage dazu. Und das ist ja auch so ein bisschen dann der Kern, dass man immer weiter diese Frage stellt und nicht nur die Frage stellt, was gibt es oder was existiert oder so, sondern warum existiert das und so weiter. Man kommt ja immer in diesen Regress rein und das kommt ja dann aus dieser Logik raus. Und deswegen denke ich, dass diese Fragestellung, die dann in der Existenzphilosophie ganz groß wird, vielleicht einfach früher ein bisschen sekundärer behandelt wurde, weil man auch viel naturwissenschaftlicher orientiert war und erstmal herausfinden wollte, was funktioniert, was gibt es in der Welt der Dinge, wie funktioniert die Welt. Und als die Naturwissenschaften und die Mathematik gewachsen ist, wurde eben diese andere Frage irgendwann wichtiger. So könnte ich mir das jetzt so ganz laienhaft vorstellen. Ja und da auch wieder, ihr wisst ja, dass ich auch geschichtlich so ein bisschen interessiert bin, die spannende Parallele ist dabei. 1623 wurde Blaise Pascal geboren. Das war natürlich auch mitten in dem 30-jährigen Krieg. Von 1618 bis 1648 wütete ja dieser wirklich heftige konfessionelle Krieg in Europa, der wirklich damals ganze Städte, Familien, Landstriche zerstört hat und wirklich auch nachhaltig einfach das Bild Europas geprägt hat. Und in dieser Zeit stellt man sich ja natürlich nochmal eher die Frage, wie sieht es eigentlich aus mit der Angst vor dem Tod? Was ist Not? Was ist Elend? Wie kann man überhaupt glücklich werden in dieser Zeit? Da spielt da dann wahrscheinlich auch wieder so mit rein diese geschichtliche Verschränkung zu einfach der Situation, in der man lebt. Auch wir werden später nochmal über Grenzsituationen sprechen. Auch bei Jaspers ist das ein ganz, ganz wichtiger Begriff. Aber wir werden euch jetzt am Anfang erstmal wie gewohnt intuitiv abholen. Das machen wir ja immer. Wir versuchen ja so ein bisschen auch die Philosophie wieder so ein bisschen, ich sag mal, weg vom Schreibtisch, ab auf die Couch zu holen. Und das versuche ich jetzt auch mit einem Beispiel. Stellt euch vor, ihr liegt abends auf der Couch. Ihr hattet einen harten Arbeitstag oder ihr seid ausgelaugt von der Kindererziehung, von der Hausarbeit, wovon auch immer. Und ihr wollt einfach nichts machen. Ihr legt euch hin und ihr sagt, ah, ich mach jetzt mal nichts. So, und dann liegt ihr da. Da kann man jetzt die Frage stellen, macht ihr denn wirklich nichts? Denkt ihr denn auch an nichts? Gibt es überhaupt die Möglichkeit, nichts zu machen, an nichts zu denken? Und Franz Brentano meint, nein, das geht gar nicht. Franz Brentano, jetzt sind wir dann wieder im 19. Jahrhundert, auch Kierkegaard zum Beispiel, also so ein bisschen auch der Beginn der Existenzphilosophie, der Phänomenologie, dann auch 1838 bis 1917 gelebt. War auch Professor in Wien zum Beispiel im Jahr 1874. Ein Schüler von Franz Brentano war Alexis Mainong. Der Meinung aus der letzten Folge aus der Meta-Ontologie, Folge, auf die ich hier nochmal verweise, und das Werk Psychologie vom empirischen Standpunkt aus von Franz Brentano gilt quasi als das Begründungswerk der Psychologie als empirischer Wissenschaft. Empirisch bedeutet allerdings zur damaligen Zeit nicht das empirisch, was wir heute meinen. Wenn wir heute von einer empirischen Wissenschaft sprechen, dann meinen wir oft quantitativ, beruht auf Zahlen, beruht auf Umfragen, beruht auf Statistiken, also eine empirische, nachweisbare Studientätigkeit zum Beispiel. Zur damaligen Zeit bedeutet er empirisch einfach nur in Bezug auf Erscheinungen, also empirisch in Bezug eben im klassischen Empirismus ja auch, in Bezug auf die Sinneswahrnehmung sozusagen, auf Erscheinungen, die uns einfach vorkommen im Alltag. Also Psychologie als empirische Wissenschaft, Psychologie sozusagen als Wissenschaft von den alltäglichen Erscheinungen. Und Brentano unterscheidet dann nochmal zwischen Wirklichkeit und Phänomenen, die aus dieser Wirklichkeit stammen. Und das Wichtige ist dann nun, diese Wissenschaft, von der er spricht, die kann sich eben nun um diese Phänomene kümmern. Also er geht dann auch so ein bisschen davon weg, dass man versucht, die Wirklichkeit zu beschreiben, dieser naturwissenschaftliche Fokus, sondern er geht auch dahin, die innere Perspektive einzunehmen und sich darum zu kümmern, was macht diese Wirklichkeit mit mir. Genau, also das ist vielleicht nochmal wichtig, das steht ja im Erbe sozusagen trotzdem von Kant sozusagen, dass der Mensch die Wirklichkeit nicht direkt wahrnehmen kann, sondern nur Phänomene begreift der Wirklichkeit. Also das ist ja auch das, was unser klassisches Wahrnehmungsbild gerade ist. Jeder hat so eine Wahrnehmung und da gibt es so eine Art Filter und das ist mit den Phänomenen prinzipiell gemeint. Also ich erkenne nur die Phänomene und kann daraus Rückschlüsse ziehen. Brentano spricht dann eben von diesem psychischen Phänomenen, das ist genau das, was du meinst. Und er meint damit intentionale Vorstellungen, also Gedankeninhalte, zum Beispiel Empfindungen, Urteile, Gefühle, Erinnerungen, Meinungen, Zweifel. Er spricht dann, das ist ein bisschen ein kruder Begriff, finde ich, der ist dann ein bisschen schwer zu greifen, von intentionaler Inexistenz. Er versucht das also nicht so rum zu argumentieren, dass der Mensch intentional existiert, sondern er sagt es eher andersrum. Er schreibt, ich zitiere in Paragraf 4 seines Werkes, Jedes psychische Phänomen ist durch das charakterisiert, was die Scholastiker des Mittelalters die intentionale Inexistenz eines Gegenstandes genannt haben und was wir die Beziehung auf einen Inhalt, die Richtung auf ein Objekt oder die immanente Gegenständlichkeit nennen würden. In der Vorstellung ist etwas vorgestellt, in dem Urteil ist etwas anerkannt, in der Liebe gelebt, in dem Hasse gehasst, in dem Begehren begehrt. Diese intentionale Inexistenz ist den psychischen Phänomenen ausschließlich eigentümlich. Also er argumentiert nicht insofern, dass er sagt, okay, die Menschen sind intentional auf etwas gerichtet, nein, sondern Gegenstände sind eben intentional inexistent, also die sind eben nicht auf etwas gerichtet. Und genau da kommen wir dann heute auch zu dem Kern der ersten Folge, denn diese Inexistenz der Gegenstände, das kann man auch als äußere Dinge bezeichnen oder eben als Objekte. Und der Unterschied zu den Objekten ist dann eben, dass wir als Subjekte eine Intentionalität mentaler Gedankeninhalte haben, dass also die Gedankeninhalte immer auf etwas gerichtet sind. Und zurück noch ganz kurz zu dem Beispiel, wenn ihr also auf der Couch liegt, könnt ihr gar nicht an nichts denken. Man kann das nur in Ausnahmesituationen, in Grenzsituationen, da kommen wir dann gleich nochmal drauf zurück, aber nach Brentano sind die Gedanken immer auf etwas gerichtet. Man kann nicht einfach lose vor sich hin leben und an gar nichts denken. Genau, also um das nochmal Grund aufzudröseln, so wie ich es jetzt auch verstehe, der Mensch besteht sozusagen aus psychischen Phänomenen, also das ist sozusagen was in seinem Kopf abspielt. Und diese psychischen Phänomene sind immer auf etwas gerichtet, wohingegen jetzt quasi naturwissenschaftlich oder naturelle, jetzt in der Wirklichkeit existierende Phänomene, keine intentionale Richtung haben. Nehmen wir mal zum Beispiel den Wind. Also der Wind bläst von, ja so wie der Jetstream eben läuft, vom quasi Äquator zum Nordpool, genau so rum, und wieder zurück, weil es dort Druckunterschiede gibt. Und das macht der Wind einfach immer, immer gleich, das ist deterministisch. Und er hat dazu auch keine, deswegen hat er auch kein Bewusstsein. Nein, der Wind braucht kein Bewusstsein, weil diese, er braucht keine intentionale Richtung oder so, worauf er sich konzentrieren muss, sondern der Wind macht das einfach sozusagen. Ein psychisches Phänomen ist anders. Da richte ich meine Gedankenwelt sozusagen oder meinen Fokus immer auf irgendetwas. Ich glaube, das hast du auch ganz gut verstanden, Sherlock. Ja, ich finde das nochmal wichtig. Also was ist denn überhaupt ein Bewusstsein? Weil Brentano ja im Prinzip damit entwickelt, was ist jetzt eigentlich ein Bewusstsein und was ist kein Bewusstsein? Ein Bewusstsein hat eben diese Eigenschaft, dass es sozusagen immer auf was gerichtet ist, wenn man so will, als wird immer fokussiert. Es gibt immer ein Ziel oder es gibt immer einen Grund oder eine Ursache, warum mir etwas bewusst wird, genau. Absolut richtig, ja, hätte ich auch so verstanden. Und darauf aufbauend wollen wir eben jetzt zum Kern kommen, deswegen hatte ich gerade auch schon diese beiden Begriffe erwähnt. Also es gibt einerseits das Bewusstsein in dem Subjekt, das denkt und dann gibt es andererseits aber auch dieses Ding, an das gedacht wird, auf das diese Gedankeninhalte gerichtet sind. Und das wird dann Objekt genannt. Und genau so kommen wir dann jetzt zum Kern eigentlich dieser ersten Folge. Was wir euch dann jetzt hauptsächlich nämlich erzählen wollen und was wir auch diskutieren wollen, ist eben diese Spaltung zwischen Subjekt und Objekt. Subjekt war ja das Ding, das denkt. Zum Beispiel die Person, die gerade auf der Couch liegt und die denkt an etwas. Und dieses Etwas, auf das eben die Gedankeninhalte gerichtet sind, dieses Etwas an das gedacht wird, das wird dann Objekt genannt. Und so kommt man irgendwie durch diese psychischen Phänomene, durch diese Unterscheidung zu einer Subjekt-Objekt-Spaltung. Eine Subjekt-Objekt-Spaltung. Wirklich ein Fachbegriff geprägt von Karl Jaspers. Auf den gehen wir gleich in der zweiten Folge nochmal näher ein. Soll ich hier jetzt erstmal nur kurz erwähnt werden. Und wir versuchen jetzt diese Spaltung aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Und da haben wir uns sehr, sehr gering ambitioniert erstmal sämtliche philosophischen Bereiche vorgenommen, mit denen man diese Spaltung jetzt diskutieren kann. Also erkenntnistheoretisch, ontologisch, psychologisch, sprachphilosophisch und wissenschaftsphilosophisch. Das versuchen wir euch jetzt alles noch innerhalb der nächsten halben Stunde zu präsentieren. Also wichtig ist, dass es immer diese unaufhebbare Unterscheidung, zumindest nach Jaspers dann in dieser Subjekt-Objekt-Spaltung gibt. Diese unaufhebbare Unterscheidung zwischen dem Subjekt, dem denkenden Subjekt, dem Subjekt, dessen Bewusstsein sich auf etwas richtet und dem Objekt gibt. Also der Entität, auf das das Bewusstsein gerichtet ist. Also anders formuliert eine Differenz zwischen Erkenntnis-Subjekt und Erkenntnis-Gegenstand. Was sich aber auch einfach logisch aus dem Fakt ergibt, dass das psychische ein Phänomen ist. Also dass es psychische Phänomene geben muss, sozusagen nach dieser Entwicklung der Phänomenologie. Und deswegen existiert das, wird das ja logisch quasi daraus deduziertbar. Diese Differenz zwischen Subjekt und Objekt ergibt sich daraus einfach logisch. Vielleicht noch ein Zitat von Karl Jaspers dazu, das eben genau diese Subjekt-Objekt-Spaltung beschreibt, um eben das Ganze auch nochmal so ein bisschen hermeneutisch zu füttern mit Originalzitaten. Bevor wir dann eben zu diesen fünf Bereichen kommen, anhand derer wir diese Subjekt-Objekt-Spaltung diskutieren wollen. Ich zitiere Jaspers. Das, was wir denken, von dem wir sprechen, ist stets ein anderes als wir. Ist das, worauf wir, die Subjekte, als auf ein Gegenüberstehendes, die Objekte, gerichtet sind. Wenn wir uns selbst zum Gegenstand unseres Denkens machen, werden wir selbst gleichsam zum anderen und sind immer zugleich als ein denkendes Ich wieder da, das dieses Denken seiner selbst vollzieht. Wir nennen diesen Grundbefund unseres denkenden Daseins die Subjekt-Objekt-Spaltung. Ständig sind wir in ihr, wenn wir wachen und bewusst sind. Und nochmal ganz, ganz prägnant zusammengefasst, das, was wir eigentlich euch jetzt hier beschrieben haben und wo wir euch jetzt hier hingeführt haben. Und jetzt versuchen wir das so ein bisschen aufzudröseln und ich beginne mal mit der Ontologie. Ontologie kennt ihr ja jetzt alle, also die Wissenschaft vom Sein, die Wissenschaft von der Existenz, vom Dasein. Und da muss man sich dann jetzt eben fragen, das Ganze bringt natürlich ontologische Schwierigkeiten, weil man kann ja jetzt sagen, okay, ich als Objekt, ich liege auf der Couch und denke zum Beispiel an den Stuhl. An den Stuhl, der da in meinem Raum steht, der hat schon immer da ein kaputtes Stuhlbein und das stört mich schon die ganze Zeit und ich denke also an den Stuhl. Also gibt es jetzt die Frage, sind diese Objekte, an die ich denke, muss es sie denn geben? Müssen diese Objekte denn existieren? Und da ist man dann natürlich auch wieder relativ schnell bei René Descartes, der das ja eben genau gesagt hat. Ja, es gibt einen klaren ontologischen Unterschied zwischen materiellen und immateriellen Dingen, zwischen, ja, der Res Cogitans, dem denkenden Subjekt und eben der Res Extensa, dem ausgedehnten Körper. Und ontologisch gibt es dann eben einfach diese Schwierigkeit, dass man sich die Frage stellt, müssen denn diese Objekte existieren? Man kann natürlich auch nicht nur an den Stuhl denken, der Stuhl existiert jetzt zumindest materiell, das ist klar. Man kann ja aber auch an etwas denken wie den Ersten Weltkrieg oder an den Tod der Oma. Das sind keine materiellen Gegenstände, das sind keine materiellen Dinge. Also man kann eben auch an immaterielle Dinge denken. Ja, oder halt, wo es jetzt eindeutig wäre, das wäre ja des Einhornbeispiels vielleicht noch prägnanter, finde ich, weil das andere hat ja zumindest auch mal stattgefunden, das ist ja eine Erinnerung, die stattgefunden hat. Das ist trotzdem ein immaterielles... Also es ist nicht in dem Moment als Objekt gegeben. Element. Das stimmt, das ist eine subjektive Erfahrung, an die ich mich erinnere, das ist halt was anderes. Genau. Es ist auch wieder eben ein Gedankeninhalt. Es ist kein materielles Ding. Ne, es ist tatsächlich also ein psychisches Phänomen, an das ich mich quasi wieder erinnere. Genau. Beim Tod der Oma. Und beim Ersten Weltkrieg ist es ja eine Erzählung. Erster Weltkrieg ist ein Ereignis, ein geschichtliches Ereignis, das ist ja auch wie eine Erinnerung. Ich erinnere mich dann an Bilder, die ich schon mal gesehen habe, ich erinnere mich an Wörter, die ich dazu gelesen habe, aber es gibt ja nicht den Ersten Weltkrieg. Der ist ja nicht so wie mein Glas Wasser hier, das ich hochnehmen kann. Der Erste Weltkrieg ist auch nur immateriell. Aber ja, das Einhornbeispiel hätte ich glaube ich gleich eh noch gebracht. Also ihr wisst dann eh, worauf ich hinaus will so ein bisschen. Das Einhorn oder eben der Erste Weltkrieg oder eben der Tod der Oma, der existiert nicht. Das sind immaterielle Dinge, die eben nicht materiell existieren, aber es gibt sie eben trotzdem. Da sind wir wieder bei dieser Meta-Ontologie. Bei dieser Geschichte, dass es Dinge gibt, zumindest begrifflich, zumindest psychisch, phänomenologisch, die aber nicht materiell existieren. Sodass dann also auch dieser kathesische Dualismus, wo er das so ganz ganz streng aufteilt, der kann dann ja nämlich auch wieder nicht funktionieren. Man versucht dann zwar diese beiden Bereiche irgendwie aufzutrennen und man versucht da irgendwie zu sagen, ja diese immateriellen Dinge, die existieren auch. Aber sie existieren eben nicht ontologisch. Das ist einfach nicht greifbar, sondern es gibt sie nur und sprachphilosophisch muss es sie auch geben. Da kommen wir gleich nochmal darauf zu und erkennt das theoretisch auch. Aber worauf ich dann im Endeffekt hier hinaus will, ist die Tatsache, ontologisch ist die Subjekt-Objekt-Spaltung eigentlich nicht, zumindest in kathesischen, dualistischen Formen, nicht haltbar. Also ontologisch kann es kein denkendes Subjekt geben und ein an das gedacht werdende Objekt. Das sind nicht zwei verschiedene ontologische Entitäten. Das geht nicht. Das heißt, hier stößt schon mal diese Subjekt-Objekt-Spaltung so ein bisschen an eine Grenze. Zumindest in dieser Hinsicht. Also bei dem Beispiel mit dem Einhorn zum Beispiel. Franz Brentano sagt das übrigens auch so. Und auch er hat dann nämlich auch genau diese Schwierigkeit gesehen. Er hat dann auch gesagt, diese Relation zwischen denkendem Subjekt und an das gedachte Objekt ist eine Quasi-Relation. Es ist keine ontologische Relation, sondern es ist nur eben eine Art mentale Relation. Also halten wir noch ganz kurz fest, ontologisch ist die Subjekt-Objekt-Spaltung sehr kontrovers und es ist schwerlich argumentierbar, dass es hier wirklich zwei verschiedene Entitäten gibt. Der Dualismus stößt auf jeden Fall hier auch wieder an seine Grenzen, so wie der Dualismus von Descartes doch gefühlt immer an seine Grenzen stößt, obwohl er natürlich auch philosophiehistorisch so wertvoll war. Aber ontologisch Subjekt-Objekt-Spaltung, da gebe ich mein klares Veto. Darf ich nochmal mit meinen Worten, weil ich will damit nochmal zusammenfassen, im Prinzip ist ja das Problem, das ontologische Problem, dass wenn du an etwas denkst, was definitiv nicht wie der Stuhl im Raum jetzt steht, sozusagen dort einfach materiell existiert, sondern das ist immateriell, dann kannst du quasi die Spaltung nicht mehr so einfach machen, weil das ist ja selber in deiner Psyche, an was du gerade denkst. Das ist ja quasi nichts anderes und das ist das Problem, das daraus existiert. Da kriegt man ja auch einen Knoten und der Knoten, den man da hat, dass das irgendwie komisch ist, dieses Gefühl, das ist auch sinnig, weil das macht tatsächlich an der Stelle dann auch logisch keinen Sinn. Ich würde auch eigentlich gleich sprachphilosophisch weitermachen, weil es das gleiche Beispiel ist mit dem Einhorn. Ja, aber André, ist das Beispiel nicht sozusagen auch was ähnliches, was wir schon hatten mit Frege? Also wenn du jetzt sprachphilosophisch drauf schaust, das ist doch eine ähnliche Argumentation, oder? Da hatten wir das doch schon mal ähnlich dargestellt. Sehr richtig und ich wäre jetzt nämlich auch genau auf die Sprachphilosophie zu sprechen gekommen, denn da hatten wir ja Frege. Da verweise ich natürlich auch wieder auf die Frege-Folge, aber ganz kurz zur Erinnerung. Frege definiert ja Bedeutung und Sinn von Begriffen. Die Bedeutung ist quasi das, was der Begriff auch in der Realität darstellt und der Sinn ist sozusagen nur eine Art der Gegebenheit. Wir hatten das Beispiel mit Morgenstern und Abendstern. Diese Begriffe haben beide eben einen verschiedenen Sinn, aber die gleiche Bedeutung, denn beides ist eben die Venus einfach, dieser helle Planet am Firmament. Das heißt, die Bedeutung ist immer etwas, was realen, kausalen Zusammenhang hat zur Wirklichkeit und der Sinn ist quasi das, was in uns, in den Menschen dann ankommt letztlich. Und da haben wir jetzt auch wieder das Beispiel mit dem Einhorn, weil ich es eben vergangene Woche schon meta-ontologisch sehr ausführlich beschrieben habe. Und da hatten wir ja eben auch diese Argumentation von Kant, der dann eben auch sagt, ja, nein, das hat keine Existenz, sondern nur die Begriffe. So, und wenn wir das jetzt nochmal auf Frege herunterbrechen, also die Subjekt-Objekt-Spaltung nach Frege. Wir stellen uns vor das Einhorn. Das Einhorn ist ja in gewisser Weise das Objekt und wir sind das Subjekt. So, und wenn wir uns jetzt aber vorstellen, okay, nach Frege hat ja das Einhorn keine Bedeutung. Das hat keine Bedeutung, das hat ja keinen realen Zusammenhang zur Außenwelt. Es hat eben nur Sinn. Es ist nur fiktiv, wir können uns etwas darunter vorstellen, weil wir schon mal Bilder gesehen haben. Also das Einhorn hat Sinn, aber keine Bedeutung. Da hatte ich mir dann jetzt Gedanken gemacht, diese Subjekt-Objekt-Spaltung einerseits gefestigt, aber andererseits auch so ein bisschen aufgehoben. Warum gefestigt? Wenn wir schauen, durch Freges Bedeutung, also darum, dass es ja dann einen klaren, realen Zusammenhang zur Außenwelt geben muss, dann gibt es da bei dem Einhorn ja keine Bedeutung. Wie ich eben schon gesagt habe, ein Einhorn existiert einfach nicht in der Realität. Deswegen hat der Begriff Einhorn keine Bedeutung nach Frege. Und deshalb wird dieser Unterschied zwischen Subjekt und Objekt in dem Fall umso klarer. Denn mich als Subjekt gibt es ja in der Welt. Also in dem Fall wird diese Subjekt-Objekt-Spaltung noch ein bisschen verstärkt. Denn begrifflich, wir können auch ein Beispiel nehmen, wieder der Stuhl. Der Stuhl hat eine Bedeutung und deshalb ist es ein materielles Ding, an das ich eben ganz klar denken kann. Also diese Subjekt-Objekt-Spaltung, diese Auftrenung zwischen mir und dem Stuhl, wird hier in dem phregischen Begriff Bedeutung relativ klar. Also da wird diese Subjekt-Objekt-Spaltung ein bisschen gefestigt. Schauen wir uns jetzt aber den Sinn an. Und deshalb meinte ich, sprachphilosophisch wird sowohl gefestigt als auch aufgehoben. Denn wenn wir uns den Sinn anschauen, bei dem Sinn, da gibt es dann keine klare Subjekt-Objekt-Spaltung mehr. Denn das Einhorn, so wie wir eben schon gesagt haben, das Einhorn hat Sinn. Wir können uns etwas darunter vorstellen. So entsteht dann eben wieder dieses psychische Phänomen in mir. Das heißt, ich denke auch wieder nur, ich selber bin ja auch nur ein denkendes Subjekt. Ich selber bin ja auch insofern immateriell, dass mein Bewusstsein immateriell ist. Und ich denke an das immaterielle Einhorn. Das heißt, da wird dann diese Subjekt-Objekt-Spaltung wieder aufgehoben, weil anscheinend sind dann beides auch entweder Subjekte oder beides sind Objekte. Beides ist irgendwie immateriell. Beides ist eben ontologisch nicht zu differenzieren. Und so kam ich dann eben zu dem Schluss, dass es sprachphilosophisch sich so verhält, dass diese Subjekt-Objekt-Spaltung einerseits gefestigt wird, aber andererseits auch so ein bisschen aufgehoben wird. Und das meinte übrigens auch wieder Brentano. Denn der sagt eben, genau, sprachphilosophisch gibt es eben diese Unterscheidung einerseits, aber andererseits gibt es sie eben auch nicht, weil sie auch wieder ontologisch nicht haltbar ist, weil es ja nur diese Quasi-Relation ist. Also auch Brentano hat sich eben auch schon die gleichen Gedanken gemacht und kam zu den gleichen Schlüssen. Ja, wobei ich finde, da würde ich nochmal überlegen, weil es gibt ja schon diese Quasi-Relationsgeschichte. Du schöpfst ja den Begriff des Einhorns. Und das hat natürlich keine Bedeutung, weil du nicht falsifizieren oder nicht rausfinden kannst, ob das wirklich ein Einhorn ist. Dafür wird es ja die Bedeutung brauchen. Das ist ja auch sozusagen der Clou der Bedeutung. Existiert es oder existiert es nicht? Ist das wahr oder ist das falsch? Also ein Einhorn kann halt bei jedem ein bisschen anders aussehen. So, das ist dann trotzdem noch ein Einhorn. Das merkt man dann schon unkonkreter. Das ist ja auch das Thema mit dieser, existiert das wirklich in der Wirklichkeit oder nicht? Und wenn es in diesem Immateriellen wird, wird es einfach unkonkret und schwammig. Trotzdem gibt es ja den Begriff Einhorn. Und der Begriff hat ja trotzdem Sinn. Und es gibt einen Begriff deines Subjekts und deines Selbstbewusstseins. Und der hat auch Sinn. Also gibt es da einen Unterschied? Und das finde ich jetzt nochmal tricky, wenn man sich quasi die Logik anschaut und das überleitet. Und deswegen ist, glaube ich, in der Sprachfälle so wie so beides mit drin irgendwie. Das ist so das Ontologische. Und einmal ist es dann quasi das Logische. Weil wenn es den Begriff gibt und der Sinn hat, dann gibt es auch einen Unterschied. Das war das, ihr erinnert euch vielleicht an die Kraft der Unterscheidung. Und das ist eben reine Logik. Und das ist dann eben nochmal auch Husserl, der ja dann auch nach Brantano kam, der eben sagt, naja, es gibt halt ein Thema. Und das kam schon mit Kant auf, mit diesen Apriori-Kategorien. Und da könnte man nochmal unterscheiden. Man könnte jetzt nochmal sagen, es gibt die reine Logik. Und die reine Logik ist nicht von empirischen Prozessen oder so abhängig, sondern die ist tatsächlich immanent vorhanden. Damit sind so Logikbegriffe wie der Ausschluss des Widerspruchs oder die Entität gemeint. Und damit, wenn es das gibt, diese reine Logik, diese Apriori-Kategorien, die sind immer haltbar sozusagen. Dann gibt es dieses Logikproblem, dass wenn du einen Begriff schöpfst, es auch die Negation gibt. Und dass es sozusagen immer dieses andere geben muss, dass ich es klar abgrenzen kann. Das heißt, wenn ich einen Begriff schöpfe, wie das Einhorn, gibt es sozusagen auch das Nicht-Einhorn. Und ich als Subjekt bin dann das Nicht-Einhorn. Ich habe mich davon abgespalten. Ich bin in der Negation drin. Und das ist, finde ich, nochmal ganz spannend, weil das sozusagen dir sagt, okay, wenn ich diesen Operator jetzt da anwende, dann ist es ja doch wieder wie so ein Objekt, das Einhorn. Oder ich gucke vielleicht auch auf eine andere Person, also auf dich jetzt zum Beispiel, wenn ich mir den André vorstelle, dann objektifiziere ich ihn sozusagen in mir. Dann bin ich das, ist das auch ein Objekt, psychisches Objekt, das ich mir anschaue. Und ich finde diese Betrachtung auch irgendwie sinnig. Ja, ich würde darauf antworten, und das hatten wir auch schon im Vorgespräch so ein bisschen. Ich würde darauf immer mit Husserl und Hannah Arendt antworten und sagen, es gibt eben keine klare Dichotomie, es gibt keine klare Differenz zwischen Subjekt und Objekt, und zwar nie. Sondern es gibt immer dieses phänomenologische Moment, das immer auch in dem Objekt mit das Subjekt steckt und im Subjekt auch immer das Objekt. Das heißt, du sagst zwar, dass das Objekt, also das Einhorn, sich für jedes Subjekt anders anfühlt oder man dazu andere Gedanken hat. Und genau das ist nämlich der Punkt. Deswegen gibt es kein reines, objektifiziertes Einhorn. Das gibt es einfach gar nicht. So wie es eben auch, dazu kommen wir dann später noch bei der Wissenschaftsphilosophie, so wie es auch eigentlich nicht die reine Logik gibt oder die reine Mathematik, die ändert sich auch für jede Person. Und so ist auch immer dieses Subjekt schon in der Welt. Es gibt keine reine, wirkliche Außenwelt. Das ist dieser phänomenologische Touch auch von Hannah Arendt. Das gibt es gar nicht. Sondern jeder Mensch, jedes Subjekt entwickelt diese Außenwelt für sich selber. Der Mensch ist auch immer schon in der Welt vorhanden. Deshalb würde ich dann da nämlich wieder sagen, dass es da keine Spaltung gibt, weil dieses Objekt ist auch immer schon in dem Subjekt mit drin. Und das objektifizierte Subjekt ist auch immer schon als Objekt in der Welt. Aber das Argument ist für mich schon stichhaltig. Gibt es nicht a priori Kategorien? Also Logik kann jeder. Die ist bei jedem immer gleich. Das ist A und das ist nicht A. Wenn das rot ist, ist das und dann sind alle anderen Farben nicht rot. Also diese simple Logik, die ist bei allen immer gleich. Und das ist ja die grundlegende Frage. Wenn diese simple Logik, das ist bei allen Lebewesen auch so, wenn das immer gleich ist, ist das nicht quasi empirisches Phänomen, sondern ist es nicht inhärent enthalten. Das kann man sich ja vorstellen. Aber es ist ein Gesetz sozusagen, das sich dem Empirischen, dem Bewusstsein entzieht, sondern es ist vor dem Bewusstsein. Diese Logik hat mit dem Bewusstsein gar nichts zu tun. Sondern Logik-Operator ist einfach Logik. Und das wäre dann die Argumentation dieser Idealwissenschaft, Mathematik zum Beispiel, wäre sozusagen bewusstseinsunabhängig geltend. Also selbst wenn wir kein Bewusstsein hätten, würden die Gesetze der Logik gelten. Wir würden sie nur nicht kennen oder ausführen können. Und das ist ja die grundlegende Frage, die hier gestellt wird. Und wenn du da mitgehst, das ist nämlich interessant, wenn du da mitgehst, dann sozusagen wird Subjekt-Obweg-Spaltung wieder logisch wichtig, weil, und jetzt kommt diese existenzphilosophische Frage, wenn ich ja sage, ich als Subjekt bin was einzigartig, ich gebe mir einen Rahmen, dann muss es die Negation dazu geben. Also wenn ich sage, Yannick oder ich als Person existiere als Begriff, ich schöpfe mich sozusagen logisch als Begriff, dann gibt es die anderen automatisch auch. Oder die Umwelt. Ich trenne mich ab. Und damit schaffe ich ein Subjekt und den Rest die Welt der Objekte, die ich als Subjekt wahrnehme. Und das ist einfach dann logisch geschöpft. Also deswegen, da entsteht, glaube ich, einfach durch die Logik eine Spaltung, die aus anderen Perspektiven dann eben nicht haltbar ist. Das finde ich irgendwie total faszinierend. Ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß genau, was du meinst. Wenn man dann eben a priori denkt und sagt, es gibt, also man geht dann eben von dieser Grundannahme aus, dass es Dinge gibt, die es auch sozusagen ohne Menschen geben würde. So wie eben diese, so wie du es nennst, Idealwissenschaft, Zahlen, Mathematik, die würde es auch geben ohne Menschen. Aber das ist eben auch in der modernen Wissenschaftsphilosophie auch nicht mehr Tatsache. Ja, dann sagen wir mal, wie wäre es denn wissenschaftsphilosophisch an der Stelle dann? Das ist ganz spannend. Das hatte ich jetzt auch gerade auch erst in einer Vorlesung gehört. Und da fand ich eigentlich auch im Vorgespräch deine Idee eigentlich ganz gut. Klar, wir haben einerseits irgendwie eine determinierte Objektivität, determinierte Notwendigkeit. Es gibt einfach physikalische Gesetzmäßigkeiten, die funktionieren einfach so. Und dann gibt es das kontingente Menschenleben. Also das Menschenleben kann immer unterschiedlich sein. Da gibt es diese starke Subjektivität. Da spricht dann auch Karl Jaspers davon, dass der Mensch als Möglichkeit der Spontanität sich dagegen wendet, nur Resultat physikalischer Zusammenhänge zu sein. Aber das Spannende ist jetzt, im Regelkreis des Forschungsprozesses wird auch dieser Bereich, werden diese Bereiche, werden mathematische Bereiche auch nicht mehr eben als absolute empirische Bereiche wahrgenommen, auf die Erkenntnisse reduziert werden können. Sondern die werden auch schon nur noch quasi objektifiziert. Die werden sozusagen auch schon subjektifiziert. Also da wird dann dieser wissenschaftliche Gegenstandsbereich, der Mathematik, der wird eben auch konstruiert. Oder bestes Beispiel, die ganzen modernen physikalischen Errungenschaften, die entstanden ja auch durch neue Begrifflichkeiten, erst durch neue Technologien. Erst dadurch, dass der Mensch sich selber seine Instrumente konstruiert hat, kann er gewisse Dinge überhaupt erst empirisch nachweisen, dass sie überhaupt so passieren, kommt aber dadurch auch erst wieder auf neue Dinge, auf die er vielleicht gar nicht gekommen wäre. Die es aber vielleicht auch gar nicht so gibt. So wie Albert Einstein, der hat ja auch das einfach ohne empirischen Beweis sich einfach nur ausgedacht. Der hat einfach versucht, das mathematisch zu beweisen, aber im Prinzip hat er sich das ausgedacht und hat gehofft, dass das irgendwann mal irgendwer nachweisen kann. Ich sage nur, es ist nicht meine eigene Meinung, ich sage nur, dass was da, was so vertreten wird als Idee, dass also zum Beispiel auch Mathematik ist keine Idealwissenschaft mehr, sondern die Menschen schaffen quasi mathematische Konventionen durch Beobachtungen, durch Beschreibungen. Es wird also nicht mehr von unbeeinflussbaren Bereichen gesprochen, sondern davon, dass die Menschen auch immer diese Bereiche selber mitkonstruieren. Das wirft natürlich diese Frage auf. Klar, wurde Logik erfunden oder entdeckt? Ja, Logikoperatoren, sagen wir, klar, die muss es einfach geben. Die sind auch völlig frei von jeglicher Kontingenz. Die sind einfach determiniert. Die gibt es einfach so. Die wurden aber auch konstruiert. Da finde ich aber einen Kommentar von Husserl. Ich weiß nicht, ob es jetzt, das habe ich auf Wikipedia gelesen, finde ich das spannend, weil er tritt da halt entgegen. Er sagt ja, Anhänger des Psychologismus scheitern daran, zu zeigen, wie wir die Gewissheit logischer Prinzipien, etwa das Prinzip der Identität und des ausgeschlossenen Widerspruchs von einem psychologischen Standpunkt aus gewährleisten können. Es sei deshalb sinnlos, logische Gesetze und Grundsätze auf unsichere Prozesse des empirischen Bewusstseins zu stützen. Das quasi zu sagen, das ist eine empirische Errungenschaft, die ja immer unsicher ist, dann fliegt quasi alles zusammen. So verstehe ich das. Das geht nicht. Husserl war aber 1920. Das sind Sachen von 1980, 1990. Ja, aber es geht auch. Das entwickelt sich ja wieder so ein bisschen zurück. Das ist ja auch immer wie so eine Wellenbewegung. Ja, trotzdem finde ich die Idee wichtig. Ja. Wenn du jetzt sagst, das ist quasi aus psychischen Phänomenen geschöpft. Also wir haben uns quasi, wir schöpfen uns quasi, das ist ja so ein bisschen Konstruktivismus. Ja, wir schöpfen uns auch mit Naturwissenschaft sozusagen. Dann musst du halt sagen, okay, damit stellst du ja sofort alles fundamental in Frage, ob überhaupt was existiert. Also die Frage kommt dann sofort hoch. Gibt es die Welt überhaupt? Da bin ich komplett bei dir. Ich glaube auch, das wird da in der Wissenschaftsphilosophie gar nicht so streng gehandhabt. Ich glaube, das ist nur vor allem auch eine Beschreibung, um sich gegen den Wiener Kreis und gegen diesen logischen Empirismus zu stemmen, der ja eben ganz klar davon ausgeht, wir müssen alles irgendwie empirisch belegen können. Wir müssen alles reduzieren können auf empirische Beobachtungen und um das eben zu umgehen, weil man ja dann einfach zur Frage kommt, ja, man kann eben einfach nicht alles empirisch belegen. Das ist einfach nun mal so, dass das Einstein-Beispiel kommt dann ja da auch wieder mit rein. Deswegen hat man diesen Forschungsprozess entwickelt, in dem man dann sagt, ja, okay, wir konstruieren uns das so ein bisschen selber, um überhaupt weiterzukommen, um diese Beobachtung auch beschreiben zu können, um das irgendwo zu dokumentieren und um das in neue Begriffe, in neue Konventionen ummünzen zu können, damit andere dann darauf wieder aufbauen können. Das habe ich auch mit diesen Begrifflichkeiten gemeint, dass sich das im Laufe der Menschheitsgeschichte weiterentwickelt hat, aber man hat ja dann immer andere Begrifflichkeiten, oder die gleichen Begrifflichkeiten genutzt, zum Beispiel. Und so wird das mehr gemeint, dass das, dass eben die Wissenschaft an sich konstruiert wird, oder der Wissenschaftsprozess. Mein Gedanke ist halt, ist mit diesen Geräten zum Beispiel, du baust dir Geräte und damit kannst du, sagen wir mal, in der Wirklichkeit, Quanten und alles existiert, jetzt hast du plötzlich eine andere Phänomenologie, also du kriegst andere psychische Phänomene und dann wird das wieder prozessiert. Und da würde ich schon einfach sagen, okay, da kannst du aus der Empirie quasi Erkenntnisse generieren, aber du hast jetzt die Wirklichkeit nicht verändert, du hast sie ja nur, du hast, also die Phänomene sind dir quasi nur psychologisch erschienen, du hast sie quasi gar nicht herangelassen und dadurch erst mal wahrgenommen und erfahren und dadurch hast du natürlich wieder Begriffe geschöpft, das wäre dann die sprachphilosophische Komponente der Beschreibung, um das sauber abzutrennen, um die Phänomene quasi zu kategorisieren und auch mit unserer Logik, also wo dann wieder diese Idealwissenschaft ins Spiel kommt, zu kategorisieren, das können wir ja, das wären diese a priori Kategorien und sozusagen zu verstehbar zu machen und in ein logisches Korsett zu bringen. Und das ist vielleicht auch nochmal eine ganz wichtige Komponente, finde ich, die wir auch noch brauchen, werden, dass ein Teil, und das hat ja schon Immanuel Kant gemeint, wir haben einen Verstand, einen Teil in uns, der hat a priori Kategorien, der kann logisch denken und das haben wir alle, irgendwie, warum auch immer. Und deswegen können wir logische Sachen prozessieren und sozusagen dann über diese Abstraktion das auch wieder wahrnehmen und aufnehmen und dann sozusagen wieder umsetzen. Also naturwissenschaftliche Gesetze, also Phänomene werden wahrgenommen, werden in Gesetze gegossen, damit wird mir irgendwie klar gemacht, okay, wenn ich einen Herd anscheide, wird es heiß, ja, das ist irgendwie klar, heiß, dann verbrechen wir die Hand. Oh, 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 oh. Das kann ich dann sozusagen, wenn ich das naturwissenschaftliche Gesetz glaube und dem nachkommen kann, kann ich das einfach logisch verstehen, dann muss ich das Phänomen gar nicht selber erleben. Und genau das ist das Kernproblem der Wissenschaftsphilosophie und generell der Kausalität. David Hume hat eben genau das super stark kritisiert und das nennt man Induktionsproblem. Auch wenn du 1000 Mal auf die heiße Herdplatte gefasst hast und deine Hand hast du dir immer verbrannt, beim 1000 und ersten Male weißt du es nicht mit hundertprozentiger Gewissheit, dass es wieder so passiert. Von keinen Dingen auf dieser Welt. Es gibt eine super hohe Wahrscheinlichkeit, aber es gibt keine Garantie. Genau. Deswegen kannst du natürlich nie Gewissheit über dein Phänomen bekommen. Es sei denn, sie sind selbst konstruierte Phänomene. Also, genau. Also, deswegen kannst du da nie Gewissheit drüber erlangen. Also, deswegen sind ja auch Phänomene aber zu trennen von sozusagen der Logik, weil die Logik funktioniert immer. Aber ist nicht genau, dass auch eine Logik eine Wenn-Dann-Beziehung sozusagen? Wenn Herd heißt, wenn Finger auf Herd Finger verbrannt. Nee, das ist der Logik inhalt. Das ist das Phänomen. Also, wenn Herd, das ist quasi Sinn und Bedeutung. Die Logik operationalisiert nur die Bedeutung. Also, überprüft den Sinn auf die Bedeutung. Das ist quasi wie eine Maschine oder das ist ja wie ein Neur-Unanders-Netz, das quasi, das nimmt ein Phänomen und prozessiert, welche Bedeutung es hat. sozusagen Hand drauf, Phänomen, der Inhalt ist heiß und die Bedeutung wird produziert, verbrannt. Oder, genau, wirklich heiß. Genau. Aber die Logik prozessiert das. Also, das ist, glaube ich, das ist nochmal Inhalt sozusagen wie so ein Operator, wie Plus und Minus. Aber die Zahl ist der Inhalt. Okay, worauf wolltest du jetzt damit hinaus? Weil ich würde eben genau sagen, dass, klar, das ist dann eben ein Logik-Operator, wenn eine klare Wenn-Dann-Beziehung ist ja eine Kausalität, ist ja, wenn X, dann Y. Und das wäre ja jetzt in dem Fall der Fall. Aber eben das Induktionsproblem sagt eben, dass dieser Logik-Operator zum Beispiel, dass diese Kausalität nicht immer funktioniert, dass es einfach keine Garantie gibt, dass also die Logik da schon automatisch an ihre Grenzen stößt. Nee, der logische Inhalt stößt an die Grenzen, nicht der Logik-Operator. Der logische Inhalt wäre, ich fasse auf die Herdplatte und verbrenne mir die Hand. Das habe ich tausendmal ausprobiert, das tausendmal kassiert. Ich habe jetzt nie die Gewissheit, dass ich mich bei dem 1001. mal verbrenne. Und schon ist der Logik-Operator falsch. Nee, nicht der Operator. Der logische Inhalt ist falsch. Also das Gesetz, es ist plötzlich kein Determinismus mehr. Der Inhalt ist nicht deterministisch gegeben, sondern der hat, es gibt Zufälle der Abweichung. Das heißt aber nicht, dass die Logik, wenn dann, falsch ist. Du rechnest 3 plus 3, das ist 6, 3 plus 3 ist 6, 3 plus 3 ist 6 und dann rechnest du 3 plus 4. Da kommt halt nicht 6 raus, sondern 7. Und das, was du beobachtest, ist, es kommen 7 raus, aber Plus hat halt trotzdem funktioniert. Nur der Inhalt war anders. ist aber genau das, worauf auch viele hinaus wollen, glaube ich, dass man bei Zahlen und bei Rechnungen ist das noch ein einfacheres Ding, aber gerade bei Wenn-Dann-Beziehungen zum Beispiel, dass man wegkommt von zum Beispiel auch Argumentationen auf rein logischer Struktur, sondern dass man Inhalte mit berücksichtigen muss und ich würde in dem Fall dann eben sagen, dass auch der Logik-Operator falsch ist, weil wenn der Inhalt falsch ist, dann ist ja auch automatisch die Rechnung falsch. Weißt du, was ich meine? Ja, aber da bin ich halt quasi, ich baue ja so künstliche Intelligenz Sachen ein bisschen und du würdest quasi, wenn du feststellst, das 101-Phänomen tritt auf, würdest du neu trainieren können. Also du würdest quasi mit der Datenmenge das Gehirn neu trainieren, ja, und dann kriegst du das auch irgendwie gebacken. Das bedeutet aber, dass die Prozesse und die Umrechenfunktionen, die im Gehirn drin sind, das sind so Gewichtungsfunktionen und so weiter drin, die gelten immer. Die muss ich nur neu anwenden quasi, die muss ich anders vernetzen, also ich muss eine andere Logik bauen. Ich weiß, was du meinst. Also die Logik, die ich implementiert habe und die ich gedacht habe, die gilt, die funktioniert nicht, aber die Operatoren, die in der Logik sind, die gelten weiterhin. Also die Mathematik quasi würde gelten, ich muss sie nur anders anwenden. Ich muss quasi eine neue Maschine zusammenstöpseln und dann kriege ich das Phänomen abgebildet. Ich weiß auch, was du meinst. Ich glaube auch, wir kommen, oder das ist eben so eine Grundsatzdebatte. Ich bin da ja, das ist ja auch nicht zwingend nur meine Meinung, sondern ich versuche ja nur offen zu diskutieren, was es so für Probleme gibt. Wir müssen mal wieder den Bogen kriegen zur Subjekt-Objektspaltung. Also wir hatten ontologisch schwer haltbar, weil Dualismus, weil Meta-Ontologie, weil immaterielle Dinge nicht existieren. Wir hatten sprachphilosophisch ungefähr das Gleiche. Da hatten wir aber schon noch ja, Subjekt-Objektspaltung, gerade dann auch im Hinblick auf die Erkenntnistheorie, diese Diskrepanz zum Anderen, dass es auch immer die Negation von etwas geben muss, die Kraft der Unterscheidung. In der Sprachphilosophie und in der Logik, dann in der Erkenntnistheorie, da kann das schon durchaus seine Bewandtnis haben. Wissenschaftsphilosophisch hatten wir jetzt, wie das auch kontrovers, kann man auch sagen, okay, die Objekte hat das Subjekt selber mitgegeben. Gestaltet, selber mitkonstruiert. Jetzt kommen wir aber eigentlich auch noch zu einem psychologischen Ansatz. Und das ist ja auch immer so ein bisschen dein Steckenpferd. Wo liegt denn da diese Relevanz der Subjekt-Objektspaltung? Weil ich würde sagen, in vielen philosophischen Kategorien ist es wirklich schwer kontrovers und schwer diskutabel und da könnte man sich, glaube ich, auch stundenlang drüber unterhalten. Aber ich glaube, psychologisch als Analyse-Instrument oder Analyse-Werkzeug irgendwie so, kann ich mir da schon eine hohe Bedeutung vorstellen. Genau, also in der Psychologie, also in ganz vielen Theorien ist das eigentlich der Standard, weil du ja eine Wissenschaft über das Subjekt machst. Also du hast ja quasi, du brauchst ja die Subjekt-Objekt-Spaltung überhaupt deine Wissenschaft zu definieren, weil du dann sagst, okay, es gibt, also ich mache die Wissenschaft quasi über die psychologischen Phänomene des Menschen. Das ist ja schon mal die Definition und dafür brauchst du dieses Subjekt-Objekt und das kommt auch ganz oft in der Literatur vor. Also da geht es dann auch viel um Selbstbewusstsein, das hat man jetzt ja nur nicht. Also wenn dein Bewusstsein sich auf dich selbst richtet, was ja ein immaterieller Gegenstand ist, dann wird dir dein Bewusstsein bewusst, also dann hast du Selbstbewusstsein. Und das ist eigentlich auch nochmal ein schönes Momentum, weil man ja sozusagen über nichtmaterielle Dinge nachdenken kann und das ist ja auch eine, da steckt ja auch viel Freiheit drin, da kommen wir vielleicht nachher nochmal drin, also da geht die ganze Fantasie auf, aber auch die, das sozusagen das Nachdenken über ein Selbst, dafür brauche ich ja auch dieses Selbstbewusstsein. Und da ist die Subjektivität ganz groß und da hatten wir ja über Herbert Mieth nochmal diese Spaltung, erinnert euch vielleicht, das Selbst in I und Me. Also ganz plakativ gesagt, das was sozusagen in einem drin der Kern ist, was sozusagen, was man immanent erlebt und das, was so das soziale Gefüge, was man gelernt hat, was es für Rollen gibt, womit man sich auch identifizieren kann. Also reden wir ja nochmal über Identität, das können wir gleich nochmal den Bogen spannen. Aber dieses I und Me, diese Spaltung, da wird dann auch ganz oft gesprochen, dass der Klient oder die Klientin über sich selbst wie ein Objekt redet oder über sich selbst eben subjektive Erfahrungen schildert. Das macht einen Riesenunterschied in der Kommunikation und in der Erfahrungswelt der Person, die über sich spricht. Also wenn man, könnt ihr euch vielleicht mal selbst mal drauf achten, wenn ihr über eine Erfahrung sprecht und die sozusagen subjektiv erzählt, dann ist die präsent, dann wird das auch in der Gegenwart erzählt, dann ist das sozusagen ein subjektives Erleben, dann ist man in der Situation drin und ganz oft erzählt man so krasse Situationen oder prägende Ereignisse, erzählt man genau in dieser Situation, so wie in dem Moment, so im Präsens. Und wenn man so Sachen erzählt, wo man selber Abstand von sich haben möchte, weil einem die noch unangenehm sind oder das kennt man vielleicht als ganz plakatives, das Reden über einen anderen, also mein bester Freund hat folgendes Problem, dann ist das so wie ein Objekt und deswegen sind die Begriffe Subjekt und Objekt total wichtig und das finde ich aber jetzt auch nochmal spannend mit der Subjekt-Objekt-Spaltung, in der Psychologie verschwimmt das auch wieder oft. Also man kann quasi über sich selbst als Objekt sprechen, aber auch als Subjekt und da ist ja auch wieder diese Spaltung aufgehoben. Also man braucht das sozusagen, wie du sagst, so ein bisschen als Analyse, um so zu gucken, wie ist das Selbstbewusstsein gerade ausgeprägt, was ist einem bewusst, was ist als psychisches Phänomen zugebar fürs Bewusstsein, was kann einem bewusst werden und was ist trotzdem da und sozusagen aber nicht zugänglich. Und deswegen ist das da eigentlich ein Grundkonzept, würde ich sagen, diese Subjekt-Objekt-Spaltung. Hätte ich eigentlich auch so gesagt. Also all die anderen Bereiche, die sind, wie schon erwähnt, schwerlich, kontrovers und da könnte man sich mit diversen anderen Philosophinnen und auf die Berufend irgendwie argumentieren und versuchen da irgendwie seine Position zu untermauern und seine Stellung zu behaupten. Aber ich glaube, in der Psychologie, da ist es ziemlich klar, dass es diese Subjekt-Objekt-Spaltung irgendwie gibt als Analyse-Instrument einfach, um auch gerade bei psychischen Problemen zum Beispiel, um da zu analysieren, was sind die externen Faktoren, was sind die internen Faktoren und wie ist die Wechselwirkung zwischen den beiden. Ja, und da ist aber das Wichtige, dass es die Möglichkeit doch nicht so 100% gibt, aber der Mensch sich so versteht. Also, es kann subjektive Faktoren geben, die man selber als objektiv wahrnimmt. Ja, genau. Und da ist es dann wie Logik total, genau. Das ist total wichtig eben in der Psychologie, dass du ja dann selber drauf kommst, ah, das war doch ich, das war irgendwie, da hatte ich einen Knoten im Kopf oder das habe ich mir, da hatte ich gedacht, das sei so, das war gar nicht so und man sozusagen, und es geht auch in die andere Richtung. Also, das ist ja das Spannende, das zeigt das ja auch. Irgendwie ist es halt doch nicht getrennt, aber der Mensch hat dieses Konzept, das ist sozusagen eigentlich die Erkenntnis der Psychologie oder die denken ja immer wieder, wie hat der Mensch, welches Konzept hat er von sich und diese Subjekt-Obtik-Spaltung, die ist irgendwie konzeptionell, glaube ich, in unserem Denken drin. Das ist, glaube ich, das, worauf die Psychologie aufbaut. Ja, dass der Mensch irgendwie so denkt. Auf jeden Fall, ihr habt es gemerkt, wir haben jetzt wirklich sehr, sehr lange darüber diskutiert, aber das ist auch so, wie wir es so ein bisschen auch im Vorgespräch schon betrachtet haben, das ist so ein bisschen das Pudelskern. Also, wir glauben beide, dass es mit die alles entscheidende Frage der Philosophie überhaupt und auch der Psychologie der Menschheit überhaupt, sozusagen, was sind immaterielle Dinge, kann der Mensch immaterielle Dinge ja, denken, kann er sie verstehen, haben sie Existenz, haben sie keine Existenz und wie kann man das und wie kann man das in Bezug auf verschiedene Bereiche irgendwie versuchen zu argumentieren, wo ist denn dieser Unterschied zwischen Subjekt und Objekt wichtig, wo ist er vielleicht nicht so wichtig, wo kann man ihn besser beweisen und wo ein bisschen weniger beweisen und wir kommen dann gleich in der zweiten Folge auch noch zu so ein paar Anwendungsbeispielen und gehen dann auch noch ein bisschen näher auf Karl Jaspers ein. Okay, dann fassen wir nochmal kurz zusammen, ehe wir dann gleich zur zweiten Folge kommen, beziehungsweise bevor du nochmal ein, zwei Worte zur Überleitung sagst. Also, was haben wir heute gehört? Es ging um Existenzphilosophie, es geht um Existenzphilosophie, es geht also um den Menschen, es geht um das Nichts, es geht um immaterielle Dinge, vor denen sich der Mensch irgendwie schützen muss in gewisser Weise. Es geht um die Intentionalität des Bewusstseins nach Franz Brentano, also unsere Gedanken sind immer auf, etwas gerichtet und so entsteht dann eben auch bei Karl Jaspers dieser Unterschied zwischen uns als denkendem Subjekt und dem Objekt, an das wir denken und es gibt dann eben nach Karl Jaspers diese Subjekt-Objekt-Spaltung, die man eben mit Ausgangspunkt Franz Brentano argumentieren kann, das ist auch soweit nachvollziehbar, aber dadurch entstehen dann natürlich eine ganze Menge, ein riesiger Blumenstrauß an Folgefragen und Folgeproblemen, die sich da eben aufgetan haben und wir haben das Ontologisch versucht zu erklären, da ist es schwer nachvollziehbar, erkenntnistheoretisch ist es ein bisschen naheliegend, aber in der modernen Phänomenologie auch nicht unkontrovers, sprachphilosophisch hatten wir gesagt und im Hinblick auf die Logik ist es schon noch ein bisschen mehr haltbar, da kann man noch ein bisschen mehr Gründe dafür finden, psychologisch eben, wie du gerade auch schon erwähnt hast, ein überaus wichtiges Analyse-Instrument, um eben auch so ein bisschen das eigene Subjekt gegen die Gesellschaft und gegen externe Faktoren abzugrenzen, wissenschaftsphilosophisch haben wir lange diskutiert, da kommen wir glaube ich zu keiner zufriedenstellenden Antwort, wie so oft in der Philosophie kommt man einfach zu keiner entgültigen Lösung, aber das ist ja auch das Schöne daran und insgesamt bleibt also die Subjekt-Objekt-Spaltung spannend und kontrovers und multiperspektivisch und sie existiert eigentlich nicht so richtig, vor allem nicht ontologisch, es gibt sie aber trotzdem als Analyse-Instrument und es gibt sie dann auch bei Karl Jaspers. Genau, also das ist finde ich nochmal das Wichtige, weshalb wir euch auch die vielen Perspektiven zeigen wollen, das ist einfach eine Grundfrage, die einfach glaube ich nicht gelöst ist und trotzdem ist es in unseren Köpfen und trotzdem fühlt sie sich auch komisch an, also irgendwas stimmt ja an der Geschichte nicht, also das ist für dich das Gefühl, was zurückbleibt, das ist nicht so komplett, also logisch, dass man sagt, jawohl, Subjekt-Objekt schon alles klar verstanden, aber trotzdem entsteht daraus unser Selbstbewusstsein ein bisschen oder das ist für unser Selbstbewusstsein irgendwie wichtig und deswegen ist es psychologisch auch so wichtig für Karl Jaspers, der ja auch aus der Psychologie kommt in der nächsten Folge, könnt ihr euch drauf freuen, da wollen wir dir ein bisschen vorstellen, der dann so wenigstens greifbarer versucht zu umreißen, was denn dieses immaterielle Denken so ausmachen könnte, unser Subjekt, unser Sein und nicht unser Dasein, um das in den Worten von der sehr schönen letzten Folge von dir, André, nochmal zu sagen oder ich glaube, es ist ein existenzphilosophischer Wort und mit den Worten freue ich mich auf die zweite Folge. Vielen Dank. Ciao, ciao.